Dueva Schemzig, von 1955 bis 1992 auch als Europapokal der Landesmeister bekannt, ist das wichtigste und prestigeträchtigste Fußballturnier in Europa, bei dem die besten Vereinsmannschaften des Koordinents gegeneinander antreten. Seit seiner Gründung haben insgesamt 356 Mannschaften die Möglichkeit gehabt, an diesem hochkarätigen Wettbewerb teilzunehmen. Doch nicht alle Teilnehmer haben in der Champions League erfolgreich abgeschnitten. Einige Mannschaften hatten Pech mit der Gruppeneinteilung und andere waren einfach nicht stark genug. In diesem Video geht es um die sechs schlechtesten Schemzig-Teilnehmer aller Zeiten. Bevor es losgeht, gibt es einen kurzen, aber wichtigen Disclaimer. Hier werden sowohl Vereine aufgelistet, die an der Zeit 1993 existierenden UEFA Schemzig oder deren Vorgängers, dem Europapokal der Landesmeister, teilgenommen haben. Um ein faires Ranking zu schaffen, tauchen in diesem Video die drei schlechtesten Teilnehmer der Champs League und die drei schlechtesten Teilnehmer des Vorgängers, also den Europapokal der Landesmeister, auf. Die Auflistung erfolgt abwechselnd und startet von schlecht zu am schlechtesten. Einzelne Saisons werden nicht gewertet, damit sind Vereine wie Dynamo Zagreb oder die Glasgow Rangers aus den Schneider, da sie bereits erfolgreiche Jahre in der Champs League vorweisen können. Sollte euch solch eine Art von Fußball-Content gefallen, dann würde ich euch empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren, um kein Video wie dieses zu verpassen. Nummer 6, 1. FC Kuschice Der 1. FC Kuschice gewann 1997 und 1998 zweimal in Folge die Slowakische Meisterschaft und qualifizierte sich 1997-98 für die Qualifikationsrunde der UEFA Champions League. Das erste Qualifikationsspiel war gegen den isländischen Fußballverein IA Akranes, die man hin und rück zusammen 4-0 bezwang. Das zweite und entscheidende Qualifikationsspiel war gegen den russischen Meister Spartak Moskau, dass man durch ein 2-1-Sieg in Hinspiel und ein 0-0 im Rückspiel überraschenderweise schlagen konnte. Neben Slovan Bratislava, die 1992 sich als Teil der Tschechoslowakei für die Königsklasse qualifiziert haben, ist der 1. FC Kuschice der zweite slowakische Fußballklub, dem dies gelang. Zugelost wurde der Verein in die Gruppe B, zusammen mit Manchester United, Juventus Turin und Feyenoord-Ratterdam. In dieser Gruppe hatten die Slowaken keinen Hauch von einer Chance und unterlagen schon im ersten Gruppenspiel gegen Manchester United 0-3. Man konnte sich zwar ein wenig gegen Juventus Turin beweisen, indem man nur 0-1 und 2-3 gegen die alte Dame verlor, dennoch holte der Verein in der Gruppenphase keinen einzigen Punkt und schied mit einer Torbilanz von 2 zu 13 Toren aus der Königsklasse aus. In derselben Saison, als sie international gespielt haben, gewann sie 1998 ihre zweite slowakische Meisterschaft, weshalb der Klub wieder für die UEFA Champs die Qualifikation teilnahmeberechtigt ist. Kuschice gewann zwar das erste Spiel gegen Cliftonville, sogar deutlich mit 13 zu 1, aber schallte in der zweiten Runde an Brand B IF 1 zu 2. 2004 wurde der Verein aufgrund finanzieller Probleme aufgelöst, wurde im FC VSS Kuschice neu gegründet und gewann 2014 sogar einmal den slowakischen Pokal. Dieser Verein gibt es heute auch nicht mehr, wurde 2017 erneut aufgelöst und existiert zur Zeit im FC Kuschice weiter, der aktuell in der slowakischen 2. Liga spielt. Nummer 5. Keplavik IF Keplavik IF ist ein isländischer Sportverein aus der unaussprechbaren Stadt Reykjanesh Bay mit etwa rund 19.700 Einwohnern. Die bekannteste Abteilung des Vereins ist die Sportabteilung des Männerfußballs. Keplavik IF gewann in Island insgesamt viermal den Pokal und viermal die Liga. International war der Verein nicht so besonders erfolgreich, vor allem nicht im Europapokal der Landesmeister, den wir heute als UEFA Champions League kennen. Dort nahm Keplavik insgesamt viermal teil und erreichte keinmal eine weitere Runde. Aus acht gespielten Spielen in diesem Wettbewerb holte das Team keinen einzigen Punkt und erzielte selbst nur fünf Tore, während die Gegner 35 machten. Bis heute konnte sich der Verein kein fünftes Mal für die Königsklasse begeistern und aktuell ist dieser eher im oberen Mittelfeld der ersten isländischen Fußballklasse unterwegs. Nummer 4. Depreseni Vieschsi Depreseni Voschuta Sportklub, kurz Depreseni Vieschsi, ist ein ungarischer Fußballverein aus der 200.000 großen Stadt Depresen. Der Verein wurde insgesamt sechsmal ungarischer Pokalsieger und siebenmal ungarischer Meister. Durch die ungarische Meisterschaft 2009 konnte sich der Verein 2009-10 erstmals für die UEFA Champions League Gruppenphase qualifizieren. Zuglos so der Verein in die Gruppe E zusammen mit den FC Liverpool, Olympique Lyon und den AC Florenz. Gegen keines dieser drei Gruppengegner konnte sich Depresen durchsetzen und verlor beispielsweise gegen Florenz 5-2 und gegen Lyon 4-0. Nach sechs Partien und kein einzigen eingefahrener Punkt hieß es schon bereits in der Gruppenphase auf Wiedersehen. Zuletzt versuchte der Verein 2014-15 sich über die Qualifikation für die Königsklasse zu qualifizieren, aber man unterlag, wie bereits 2013, an Barte Borisov. Aktuell spielt Depresen weiter in der höchsten ungarischen Spielklasse und steht dort zur Zeit auf Platz 4. Nummer 3. Union Luxemburg Union Sportive Luxemburg, kurz Union Luxemburg, war ein 1925 gegründeter Fußballverein, der insgesamt elfmal luxemburgischer Meister und zehnmal luxemburgischer Pokalsieger wurde. Aufgrund dieser großen Anzahl an nationalen Erfolgen konnte sich Union insgesamt viermal für den Europapokal der Landesmeister und einmal für die UEFA Champions League qualifizieren. Ihren ersten Auftritt hatten sie im Europapokal der Landesmeister 1962-63, wo man direkt in der ersten Runde gegen Milan 0-8 und 0-6 unterlag. Auch die anderen drei Teilnahmen am Wettbewerb liefen nicht anders und der Verein galt unter den teilnehmenden Teams als freilos. 1992-93, als der Europapokal der Landesmeister, die UEFA Champions League, wurde, erreichte der Verein durch eine luxemburgische Meisterschaft die erste Runde, aber wurde dort wie gewohnt vom FC Porto 1-4 und 5-0 gedemütigt. Nach dieser Niederlage konnte sich der Verein nie mehr für die Königsklasse qualifizieren. In der ewigen Tabelle der UEFA Champions League inklusive Europapokal der Landesmeister steht Union Luxemburg auf Platz 355 mit einer Torbilanz von 3 und 43 Gegentreffern aus zehn Europapokalpartien. Seit 2005 ist der Verein unter den Namen RFC Union Luxemburg bekannt und spielt aktuell im Mittelfeld der luxemburgischen Ersten Liga. Nummer 2, MSK Gelina Der MSK Gelina ist ein slowakischer Fußballverein aus der 80.000 Einwohner großen Stadt Gelina. Der im Juni 1908 gegründete MSK gehört zu einer der erfolgreichsten Klubs in der Slowakischen Republik. Der Verein wurde insgesamt neunmal slowakischer Meister und einmal slowakischer Pokalsieger. Nach ihrer siebten Meisterschaft im Jahre 2010 nahmen die grünen gelben zum fünften Mal an der UEFA Champions League Qualifikation teil. Im Vergleich zu den anderen Qualifikationsrunden in der Vergangenheit kamen die Slow... Hoppla... Kamen die Slowaken bis in die Playoffs und nachdem sie dort Spartak Prag mit 0 zu 3 schlagen konnten, qualifizierte sich der MSK Gelina 2010-11 erstmals für die Champions League Gruppenphase. Dort wurde der Verein in die Gruppe F zugelost, zusammen mit Mannschaften wie Spartak Moskau, Olympique Marseille und dem FC Chelsea. In dieser Gruppe sahen die Slowaken kein Land und verloren das erste Spiel 1 zu 4 und das zweite 3 zu 0. Besser wurde es mit dem dritten Spiel, dass man nur 1 zu 0 verlor, aber im Rückspiel unterlag man Marcel mit 0 zu 7. Die letzten zwei Gruppenspiele wurden zwar ein wenig angenehmer, aber einen Punkt konnte man nicht ergattern. Am Ende der Gruppenphase stand MSK Gelina mit 0 Punkten auf den letzten Platz da, sowie eine Tordifferenz von minus 19. Der Verein startete danach noch ein paar weitere Versuche in der Qualifikation, aber kam keinmal eine Runde weiter. Heute spielt Gelina weiterhin in der Fortuna Liga, die höchste slowakische Spielklasse und beendete dort die Saison 2021-2022 auf Platz 6. Bevor wir zu unserer Nummer 1 kommen, gibt es ein paar lobenswerte Erwähnungen, wenn man das so nennen darf. K.R. Reykjavik aus Island, Start to the Launch aus Luxemburg, Rabatt Ajax FC aus Malta und Ocelul Galatz aus Rumänien. Der schlechteste deutsche Teilnehmer ist Chemie Leipzig und die TSG 1899 Hoffenheim und aus Österreich Lars Glintz und Rapid Wien. Nummer 1. Avenir Begen Der FC Avenir Begen ist ein am 1. Juli 1915 gegründeter Fußballverein, der in Luxemburg 6 Mal Meister und 7 Mal Pokalsieger wurde. Aufgrund dieser hohen Anzahl an nationalen Erfolgen hatte der FC Avenir Begen das Privileg, sich 5 Mal für die erste Runde des Europapokals der Landesmeister zu qualifizieren. Insgesamt 8 Spiele bestritt man und jedes ohne Erfolg. Rechnet man hin und rückspielt zusammen, verloren die Luxemburger 8-0 gegen Milan, 13-0 gegen Rapid Wien, 17-0 gegen Göteburg und 6-0 gegen FK Austria Wien. In diesen 8 Europapokalpartien schaffte der Verein kein einziges Tor zu erzielen und bekam obendrein noch 44 Gegentore. Das macht eine negative Tordifferenz von minus 40. 1993, 94 und 1994, 95 startete Begen zwar einen erneuten Versuch in der Schemzi Qualifikation, aber dies bleibt wie erwartet erfolglos. Mit Platz 356 in der ewigen Tabelle des Wettbewerbs ist der FC Avenir Begen der schlechteste Verein, der jemals an der Königsklasse teilgenommen hat. Heute spielt Avenir Begen zeitlang nicht mehr erstklassig und hält sich die meiste Zeit im luxemburgischen Avateurfußball auf und die einzige Frage, die man sich stellt, was zum Teufel macht der Zweck da? Das war's auch mit dieser Liste. Welcher dieser sechs aufgelisteten Klubs kanntet ihr bereits oder welche noch nicht? Wäre es euch peinlich, wenn euer Lieblingsverein auf dieser Liste stände oder wärt ihr eher glücklich darüber, dass euer Klub es überhaupt mal geschafft hat, sich für die Schemzi zu qualifizieren? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, wer diese fünf Conference League Teilnehmer sind oder warum fast alle brasilianischen Pulsar-Vereine gleich aussehen, dann klickt ihr hier auf das entsprechende Video in der Endcard. Folgt mir auf Instagram, at NeuroFootball, das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.